Oh, was haben wir denn hier? Wir sind gerettet, Freunde. Komm zu Daddy, komm zu Daddy. Oh yes, pass mal auf jetzt. Und los geht's. Oh mein Gott. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arizona Sunshines. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und wie immer auch ein großes Dankeschön an alle, die meine bisherige Folge mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Freunde, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, durchs Tor sind wir gegangen. Wir stehen immer noch relativ nah am Anfang tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, wir stürzen uns direkt rein und machen weiter, wo wir aufgehört haben. Hier ein kleiner Hinweis an jeden da draußen, der selber mal VR testen will. Ich habe mich bei meinem Partner Seven Space für euch stark gemacht und einen Rabattcode mit satten 15% organisiert, der in jeder Filiale in ganz NRW gilt. Auf alle eure Bestellungen. Link dazu in der Videobeschreibung. Gönnt ihr mir, gönne ich euch. Hallo? Jemand zu Hause? Freddy, are you in there? Freddy. Was geht? Oh, guck mal, er kommt einfach aus dem Dixi rausgestolpert. Kumpel, hast du dir den Arsch abgewicht? Ich glaube nicht. Ah, und das wird auch direkt bestraft. Ach, guck mal, die beiden eben noch miteinander rumgemacht. Jetzt stehen sich schon beide auf und wollen einen Dreier draus machen. Okay, wow, hat er nicht gesagt. Freunde, so nicht. So nicht, da bin ich raus. Auf die Nummer habe ich keinen Bock. Aber ich habe Bock, euch allen hier die Köpfe wegzufetzen. Da habe ich Bock drauf. Okay, was ist mit ihm? Bruder, du hast aber auch Steroide in der Muttermilch gehabt, oder? Guck dich mal an, wie riesig der ist. Okay, bevor, die können uns ja gerade noch nichts anhaben. Die sind ja alle noch da im Käfig eingesperrt. Gib mir mal hier auf ganz entspannt die ganze Munition. Nehme ich mit. Ja, ich komme gleich zu euch. Keine Sorge. Ich habe Bock, mit jedem von euch fange die Kugel zu spielen. Okay, warte mal. Ich muss da durch. Okay, hier gibt es eine misschiröse Nachricht von Lucy. Mines are this way. Die Minen sind auf dem Weg, oder da entlang. Guck mal mal, Jens. Ach, was? Bis am Kotzen, Bro. War gestern Nacht ein bisschen zu viel. Ja, offensichtlich. Der Kater kickt, meine Damen und Herren. Komm, erlösen wir ihn mit einer Aspirin. Aber die silberne Variante, die geht richtig schnell in den Kopf. Lady, oh mein Gott. Sie war auf jeden Fall mit dem Dude feiern. Das war definitiv eine harte Nacht. Sie ist auch nicht wirklich begeistert von dem Morgen danach. Was ist mit dir, Kumpel? Oh Gott. Ja, lass dir Zeit. Mach ganz in Ruhe. Erstmal checken, ne? Umgebung gucken, wo ist man? Guck mal, der hat sogar auf einer Schüssel geschlafen. Ich flippe aus, Freunde. Können wir die eigentlich mit so einer Schüssel wegklatschen? Das wäre eigentlich auch lustig. So, warte mal. Machen wir gleich. Aber... Give it to me. Erstmal den geilen Loot hier mitnehmen. Oh, das freut er sich aber. Granaten. Das freut er sich. Das ist ja eigentlich. Prescription. Medical. Ist das das Cannabis-Rezept, von dem die alle sprechen? Who knows? So, warte mal. Der Lady, nehmen wir mal den Hammer. Den nehmen wir mal mit. Oh Gott, den brauchst du eh nicht mehr. Der gute, alte Zimmermannshammer. Oh Gott, warte mal. Können wir den nicht so... Wuh! Okay, schade. Ich dachte, das geht. So, Moment. Erstmal den Schrank looten. Hier so eine alte Imkermaske. Warte mal, steht da irgendwas drinne? Ducky Toys. Also Ducky Toys scheint hier das Easter Egg zu sein. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Oh, warte mal. Nein, nein, nein. Die Munition wollte ich mitnehmen. Komm zu Daddy. Du weg. Dich nehmen wir mit. Alright. So, warte mal. Dann gib mir mal... Ich hätte eigentlich richtig Bock. Ich weiß was. Das machen wir jetzt auch. Hammer legen wir mal weg. Davon finden wir eh noch genug. Pass mal auf, Freunde. So ein Ding wird das jetzt hier. Die Schüssel und die Granate. Habt ihr eine Idee, was ich damit vorhabe? Nein, habt ihr nicht? Ich helfe euch auf die Sprünge. So, warte mal. Erstmal kurz placen. Kurz placen. So, wie kriegen wir das Ding hier? Kriege ich das irgendwie weg? Nee, schade. Kriege ich nicht weg. Ja, dann müssen wir die Nate doch reinschmeißen, Freunde. Kumpel, ich ziehe jetzt hier den Splint. Und dann gebe ich euch das mal. Könnt ihr mal eine Runde mitspielen. Und Abfahrt. Oh, guck mal. Der Große ist aber unbeeindruckt. Kumpel. Weg mit dir. Erlösen wir sie vom Bösen. Boah, Aiming ist auf jeden Fall wieder sehr göttlich heute. Keine Gnade, Trophy. Droppt rein. Ich will einen Zombie mit dieser Schüssel wegklatschen. Wie kommen wir denn? Scheiße, warte mal. Hätte ich das wegsprengen müssen mit der Granate? Wir haben ja zum Glück noch welche. Moment. Fangen. Gucken wir mal, ob das geht. Jawohl, das geht. On my way. So, da hinten kommen die Nächsten. Pass mal auf jetzt, Kumpel. Du kriegst jetzt original, was du verdienst. Wir machen jetzt die Probe. Bam. Ich klatsch euch mit der Kloschüssel weg. Oh nein, das war's. Oh Gott, scheiße. Da war ich ein bisschen zu übermotiviert. Wir hatten aber auch, glaube ich, generell nicht so viel Leben beim Starterfolge. Da muss ich viel mehr darauf achten, Leute. Warte mal, wo stehe ich eigentlich? Passt. Kurz zwischendurch mich immer selber so ein bisschen kalibrieren. Okay, auch nicht schlecht. Wir haben einfach vorgespult. Weißt du was? Gib mir mal den Revolver. Gib mir mal den Revolver. Okay, da ist auf jeden Fall die Mine. Okay, da unten müssen wir rein. Oha, guck mal da oben. Die stehen alle um den Truck herum. Der macht nichts mehr. Give it to me. Loot for the win. Die silbernen Aspirin-Kugeln, meine Damen und Herren. Wer kennt sie nicht? Bam. Ich liebe es. Ich sage es euch, wie es ist. Ich liebe es. Okay, das sieht nach einer Tür aus, wo wir einen Schlüssel brauchen. Ja, wir brauchen den Schlüssel. Wer hätte es gedacht? So, komm mal her. Kumpel, hast du den Key im Gift-Shop vielleicht? Boah, ich will nicht angeben, aber Aiming ist da, oder? Was meint ihr? Es ist aber auch bombig umgesetzt hier in dem Game, ehrlich jetzt mal. Das ist richtig gut. Du zielst einfach über Kimme und Korn und Abfahrt. Guck mal, damit er direkt wachen will, mitspielen. Kumpel, boom, und weg mit dir. Oh, geil, Mann, wie das reinsteppert. Oh, scheiße, man muss natürlich treffen. Das finde ich übrigens auch nice. Zack, guck mal, ich pass mal auf jetzt hier. So hier und dann, whoop. Woo. Geil, Mann. Wie hieß der noch? Lucky Luke, genau. Das war's. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das? Operator. Können wir hier irgendwas machen? Das sieht schon wieder verstechtig an dem Hebel aus. Freunde, wisst ihr, wo der Hebel ist? Ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die sehen richtig hart nach The Last of Us aus, oder? Okay, ein Giftjob. Checken wir aus, machen wir. Oh Gott, kann man erst mal ihn wegholen. Hm, was ist das? Munition, nehme ich mit. Komm, erst mal in den Saloon hier einen trinken. Hallo? Komm, machen wir direkt mal einen doppelten Whisky. Den guten Old Fashioned hätte ich gerne. Und da nehme ich den Schlüssel. Was steht da? Manager, das passt ja. Name ist Programmfreude. Oh, warte mal. Hab ich den jetzt aufgenommen? Hab ich. Tschüss, weg mit dir. Ja, also munitionstechnisch übrigens ist der Schwierigkeitsgrad normal. Dachte ich mir, komm, den checken wir mal aus. Aber wir werden ja mit Munition gerade komplett verwöhnt. Hier liegt ja überall. Was ist das denn? Arizona News. Local man steals from sister's cancer. Lü fehlt, was? Irgendeiner hat von seiner helftkranken Schwester was geklaut? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Was ist das? Das sieht auch böse aus. Before the Fall Deluxe Edition. Oh, warte mal. Könnte das ein kleines Easter Egg sein? So after the fall? Warte mal. Könnte das sogar ein Hinweis sein auf ein neues Game? Quasi before the fall? Wisst ihr, was ich meine? After the fall? Halten wir hier das erste Easter Egg zum neuen Game in den Händen? Who knows, Freunde? Wenn ja, wäre doch cool. Könnt ihr ja mal recherchieren. Before the fall. Würde sich ja auch eigentlich anbieten. Wer kennt das Spiel nicht, After the Fall? Dass man da nochmal eine neue Version rausbringt. Nehmen wir erstmal die ganze böse Maske hier mit. Zack. Und tauschen die aus. Weil das Spiel After the Fall ist ja auch übelst halt schon. Gamer Manual. Ne, brauchen wir nicht. Wir kommen auch so wunderbar klar. Und by the way, ich habe einfach kein Leben mehr. Kann ich, ich brauche irgendwie... Oh mein Gott, komm zu Daddy. Wir haben eine Unzieher gefunden, Leute. Oh shit. So, jetzt wird es aber unangenehm, weil ich finde den Revolver geil. Ich finde die Uzi geil. Warte mal, kann ich die so... Ey, das gibt es doch nicht. Ich will die hier ablegen. Hä? Ich will tauschen. Nein. Oh Gott, was macht er denn jetzt? Er will nicht so, wie ich will. Okay. Lass ich mal so stehen. Dann ziehen wir die Uzi halt rechts und den Revolver links. Ich brauche Leben, Freunde. Warte mal, wie kann ich denn hier... Gesundheit, Nahkampfskills, null. Das ist immer böse, Freunde. Kopfschüsse, 14. Äh, wie zum Geier? Na, Geld bringt uns mal gar nichts in der Apokalypse. Wie war das nochmal? Können wir... Einfach so? Ne, das bringt auch nichts. Im Schrank. Wir brauchen irgendwas zu essen. Okay, Munition. Die kann man zwar nicht essen, aber die ist auch immer gut. Weg damit. Ich nehme dich mit. Oh, Pizza. Freunde, ich flippe aus. So, warte mal. Bam. Oh, yes. Wer hat Bock auf ein bisschen Salami? Oh, guck mal, da ist sogar noch Schimmel dran. Egal. In der Zombie-Apokalypse frisst der Zweifel Pizza. Wer kennt jetzt nicht das Sprichwort? So, jetzt komm. Ladies and Gentlemen, ich hab ne Unzi. Wo seid ihr? Keiner mehr da? Okay, warte mal. Wir können nochmal nach oben gehen. Komm schon. Und irgendeiner. Ich hab richtig Bock damit rumzubratzen. Als ob sich noch hier irgendwo sich was versteckt. Ist das hier der Goldbarren? Ja, der bringt uns auch immer gar nichts. Ich sag ja, das Letzte, was du in der Apokalypse brauchst, ist Goldbarren und Geld. Eigentlich brauchst du nur Munition. Oh Gott, das Gewehr hatten wir ja schon. Ja, haben wir schon. Wir können doch nur eins mitnehmen. Das wäre eigentlich auch lustig, so ein Gewehr links. Warte mal. Hab ich mich grad verguckt? Ey, warte mal. Das ist ein neues Gewehr. Das hatten wir zuletzt. Guck mal hier. Scheiße. Komm her. Seht ihr das mit dem Magazin hier vorne dran? Das ist neu. Okay, geil. Nehmen wir das mit, dass das mal liegen. Was ist das? Restraining Order in the Justice Court of Arizona State. Irgendwas mit einer Bestellung. Und ein paar Schlappen. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ist eigentlich lustig, wenn man da Punkte verkriegen würde. Patsch, patsch. Weißt du, ein Zombie so mit einer... Schön hier eine Backpfeife verpassen. Mit dem Schlappen. Aber guck mal, du wirst hier komplett verwöhnt mit Munition. Wir haben schon über 200 Schuss fürs Gewehr, Freunde. Ja, lassst du mich raus? So, okay. Dann gehen wir einmal runter. Gucken wir mal, dass wir den Nahkampfskill ein bisschen aufleveln, oder? Schön mit dem Schlappen hier. Wobei, es geht ja safe wieder schief. So, ähm... Power, okay, warte mal. Stromkabel, Stromkabel geht nach da oben. Okay, dann wahrscheinlich der Regenerator. Gucken wir mal. Da lang, da lang. Ach so, ja, logisch, ja. Wir haben den Schlüssel bekommen. Jetzt kommen wir hier rein. Zack, umdrehen. Hätten wir. Jetzt müssen wir nur dem Stromkabel folgen. Boah, Junge, mit dieser Utsi. Ich ziehe jetzt alle weg, Bratze. Pass mal auf jetzt. Checkpoint erreicht. Kumpel. Boah, der einer von der fetten Sorte. Was sagst du dazu? Ja, ha, ha, ha. Guck mal, wir würden ihn komplett zersägt haben, ey. Holy shit, jetzt du. Oh, schau, keine Mutti mehr. Nein, 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 nein. Nein. Oh, lad nach. Oh. Oh, Gott. Okay, die Utsi ist nice, aber man muss auch schon genau zielen. Oh, geil, Mann. So, komm jetzt hier in a row. Bam, bam, yes, yes. Oh, scheiße, kein Mutti. Lady. Da ist sie wieder, die Karrierefrau. Du bist nicht befördert. Oh, mein Gott, ey. Du siehst auch wie so eine richtige Lucy. Du kannst doch Lucy heißen, oder? Ach, der Haarschnitt gefällt mir richtig gut. Guck dir mal, dick. Ja, sexy. Was soll man da noch sagen, ne? Ähm, okay. Hier ist übrigens, ach Gott, stimmt. Lucy hinterlässt uns ja die ganze Zeit Nachrichten. Deswegen hat mich der Name so getriggert. We are in the mine. Okay, alles klar. Dann gucken wir doch mal. To all the friends out there, I just want to say, you know, this tour is so much fun. Ja, man, du hast recht. Diese Tour durch Arizona macht wirklich spannend. Guck mal, sie hinterfragt hart ihr Leben als NPC. Macht keinen Sinn und springt von der Klippe. Oh, nein, von hinten. Oh, keine Muni drin, shit. Boah, da musst du aber, da musst du echt schnell sein. Und gefühlt mit der Waffe kannst du halt gezieltere Schüsse machen, anstatt mit der Uzi einfach draufzubratzen. Aber hey. Spiel, Spaß und Spannung. So, warte mal. Jetzt habe ich aber die Waffe gedroppt. Ich will den Revolver, komm, die legen wir mal weg. Gib mir mal. So, oh, jetzt habe ich drei Waffen am Start. Auch nicht schlecht. Aber die muss weg. Die ist leider nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Warte mal. Magazin da rein. Waffe wegschmeißen. Ey, das gibt es noch nicht. Ich werde die Waffe nicht mehr los. Oh Gott. Guck, das ist scheiße. So, ich wollte gerade sagen, so will ich das haben. Können wir das eigentlich rumlegen? Nee, können wir nicht. Cool, nice. Okay, ähm. Müssen wir die Höhle? Nee, das geht nicht. Dann wahrscheinlich da hinten lang. Aha, da ist der Generator. Was ist mit dir, Kumpel? Hallo. Komm her. Ja, komm. Und abfahrt. Liegen bleiben. Okay, das sieht aus wie der große rote Schalter, der uns Strom bringt. Zack. Okay, da kommen die nächsten angedackelt. Die haben das auf jeden Fall gehört. Komm, pass mal total Turmspring. Der erste, der zweite. Ladies und Gentleman. Die Wolken. Oh, scheiße. Ach, weg mit dir. Lad nach. Kriegen wir ihn noch über die Kante? Nein, kriegen wir nicht. Übrigens auch nice Optik. Von da sind wir eben gekommen. Über die Brücke. Guck mal, was da oben los ist. Über die Brücke sind wir auch gegangen. So, dann müssten wir eigentlich hier lang weiterkommen. Boah, wenn wir die Maske weggeballert haben. Auch nice. So, einmal hier runter. Das ist übrigens sehr entspannt. Du musst einfach nur dagegen gehen und dann springt der so hier runter. Können wir auch hier runter? Nee, können wir nicht. So, Strom haben wir ja jetzt wieder. Das heißt, wir müssten eigentlich in die Mine reinkommen. Ich höre sie auf jeden Fall kreuschen und kreuschen. Ja, von da oben bestimmt. Okay, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Übrigens, da liegt immer noch der Schlappen von eben. Auch nice. Okay, was geht jetzt? Okay, die Musik lockt Zombies an. Guck mal, da oben. Boah, da kommt der Truck runtergebrettert jetzt. Holy shit. Guckt euch das an. Boah, geil, Mann. Wow. Okay, fett. Alles klar. Guck mal, wie die da... Es regnet Zombies, Leute. Okay, das sieht nach einem harten Showdown aus. Let's go. Weißt du was? Oh shit, keine Muni drin. Oh nein. Na, Aufnahme. Oh Gott. Boah, ich muss schnell durchladen. Warte mal. Wie der hier angesprungen kommt. Okay, weißt du was? Hier, Granate. Fang. Oh, los. Fang. Oh, scheiße. Die Lady kommt verdächtig nah. Okay, du bist gerade eben was noch fahren. Jetzt wird Stress. Oh Gott, stirb, stirb. Wart nach. Geil, Mann. Yes. Oh, scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Freunde, die kommen verdächtig nah. Haben wir noch eine Granate? Nein, haben wir nicht. Hallo, warte nach. Hallo, hallo. Greif doch die Munition. Habe ich keine Muni mehr oder was? Ich habe keine Muni mehr. Das gibt es nicht, Freunde. Oh Gott, wir gehen jetzt drauf. Jetzt gehen wir drauf. Das erste Mal. Oh Gott, guck mal, wie viele das denn? Hilfe! Lauf! Ey, das gibt es nicht. Wieso? Er lädt nicht nach. Ich kann keine Muni greifen. Was soll ich tun? Oh, scheiße. Anstatt Muni haben wir jetzt eine Hand. Guck mal, was hier los ist. Oh, mein Gott. Nein. Ich habe keine Ahnung. Er greift die Munition gerade nicht mehr, Freunde. Wir werden jetzt elendig draufgehen, glaube ich. Kann ich hier? Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Guck mal, wie viele das sind, ey. Oh, mein Gott. Scheiße, wieso? Nee, ich habe einfach... Ich kann nicht nachladen. Richtig schade. Scheint irgendwie ein Bug zu sein. Oh, was haben wir denn hier? Wir sind gerettet, Freunde. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Oh, yes. Pass mal auf jetzt. Oh, jetzt ist das eine ganz andere Nummer. Moment, Moment, Moment. Ich wollte gerade sagen, wir haben nur da unten 200 Schuss. Und los geht's. Oh, mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Auf einmal Black Ops Zombies hier. Guck mal, wie viele das sind. Yeah. Geil, Mann. Oh, I love it. Es ist so göttlich. Stirb. Okay, das war... Das ist mal ein geiler Showdown. Ist noch nicht vorbei. Da kommen noch ein paar. Da sind ja die Turmspringer, Freunde. Ah, ich hab hier wieder. Oh, satt mal. Boah, guck mal, wie wir die alle wegholen hier. Ja man, du sagst es. Das war sehr verrückt. Boah, dann muss er auch mal erstmal durchatmen. Okay, Freunde, warte mal kurz. Das müssen wir uns mal ganz kurz gönnen hier. Das sieht schon echt nice aus. Okay, das hätten wir. So, mir ist gerade eingefallen. Ich habe ja noch... Ich hatte doch noch das Gewehr auf der Schulter, ich Idiot. Haben wir das jetzt hier irgendwo verloren? Ja, guck mal, da liegt es. Alter, ich habe volle Panik komplett vergessen, dass wir das Gewehr noch haben. Ach, aber gut, dass wir das hier gefunden haben. So, geben wir mal die Muni. Ja, was soll's, komm. Die ist auf jeden Fall zehnmal geiler. Zieht euch das mal rein, ey. Nice. So, okay, dann würde ich jetzt sagen, ab in die Mine, oder? Wir haben noch den Strom angemacht. Oder müssen wir, warte mal, müssen wir zu Fuß rein? Das kann natürlich auch sein. Ich dachte, wir können reinfahren. Komm, stell dich nicht so an, Junge, ich bin bei dir. Es wird heiß, 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 heiß. Trophy droppt rein. Aber richtig nice, Freunde. Das Remake ist einfach so gut und wir brauchen unbedingt... Jetzt wird es aber doch horrormäßig gerade. Scheiße, ich brauche unbedingt Leben, ey. 25 Prozent nur noch. Guck mal, wie duß da das hier auf einmal ist. Komm, kriegen wir mal schön die Munition hier, nehmen wir alles mit. Und dann würde ich sagen, Moment. Die laden wir einmal durch. Nehme ich mit. Die ist schon durchgeladen. Okay. Boah, Alter. Auf einmal Metro-Vibes hier gerade. Ohne Scheiß. An jeden, der gerade das Remake zockt. So könnt ihr euch Metro vorstellen. Vom Feeling. Vom Waffenhandling, von allem rum und dran. Und dann diese Enge. Genauso. Das erinnert mich richtig krass an Metro gerade, weil ich auf der Gamescom gezockt habe. Okay, Fred, du bist der Erste für die Folge. Sag hallo zu den Zuschauern. Guck mal, wie viele da anstehen. Die wollen alle ein Autogramm haben. Nicht mit mir, Freunde. Also die mit dieser Seuche im Gesicht, die sehen schon echt übel aus. Was ist das da hinten? Sag, was ist das? Der hat doch gerade irgendwas im Kopf oder so. Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall dringend Leben, Freunde. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts bei mir. By the way, da ist auch Shotgun-Munition, sehe ich gerade. Kriegen wir gleich eine Shotgun, das wäre eigentlich übelst nice. Old Dutchman, mein. Warte mal, kann ich nicht irgendwie mehr leben? Ne, wir haben nichts. Scheiße. Das ist echt mies. Jetzt habe ich die ganze Zeit diesen roten Rand, diesen nervigen, bis wir was zu essen finden. Gut, schon gut. Okay. Oh Gott, erstmal anziehen das Moppet hier. Okay, Strom ist an. Ah, guck mal. Ja, der Rand bleibt aber leider immer noch. Ich wollte gerade loben, wie gut ich über Kim und Korn wiederholen kann. Ich bin da unterwegs, bin aber gerade, hat es nicht geklappt. Jetzt aber. So. So, Moment, Freunde. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier looten können. So, erstmal hier die schöne Munition für den Revolver. Okay, nehmen wir, wisst ihr was? Ja, wobei, die Uzi ist schon nicht schlecht. Die nehmen wir mit und ich verstehe es immer noch nicht. Da liegt ein Enterhaken, Freunde. Das kann mir doch keiner erzählen, dass er hier nicht irgendeine Rolle spielt. Koppel, hier, willst du mal? So, komm, die Munition klauen wir uns auch mal. Er braucht die eh nicht. Oh, warte mal, habe ich die gar nicht mitgenommen? So, ich muss die hier so richtig ranführen, sonst zählt er die nicht. Einfach nur drei Schuss für die Shotgun, die wir noch nicht haben. Auch ein bisschen armselig, aber gut. Fred! Oh, Gott. Ey, das gibt es nicht. Der hat mich erwischt. Das gibt es nicht, Freunde. Oh, Gott. Aber ist egal. Jetzt haben wir wenigstens wieder das Leben voll, wenn ich mich nicht täusche. Das ist eigentlich sogar ganz praktisch. Oh, mein's maximal dumm war gerade. Komm schon, let's go. Ich habe Bock. Nee, er wirft uns einfach wieder rein mit 25% Leben. Ach, Gott, ist das undankbar. Okay, komm. Schnell die Muni wieder mitnehmen. Gar nicht zu lange hier aufhalten. So, da ist er wieder. Lieben bleiben. Und tschüss, weg mit dir. Ach, guck mal, by the way, jetzt sehe ich auch die Lampe an meiner Brust ist an. So, weg mit dir. Guck mal, hier die erste Reihe, weißt du. Die ganzen gierigen wieder. So, weg mit euch. So, Generator an. Ist das hier eigentlich Whisky? Wäre eigentlich auch nice, wenn Whisky Leben geben würde, oder? Was meint ihr? So, das von eben nehme ich dir übel. Okay, ich treffe einfach nicht. Das gibt es doch nicht. Ach! Und! Ach! Yes! I love it! So, gib mir mal die Muni. Die nehme ich auch mit. Boah, guck mal hier. Top, die fette Quilt. Und Abfahrt. Ey, man muss echt aufpassen, ne? Wenn die hier ankommen und nach einem grapschen, dann musst du schnell sein. Boah, Freunde, wenn ihr die ganze Zeit diesen roten Rand seht, nervt mich ehrlicherweise auch ein bisschen, aber ich kann es gerade nicht abstellen. Wir brauchen unbedingt Leben, bevor das weggeht. Mit 25% kannst du halt auch nicht viel reißen. Und guck mal, by the way, wie was wir für versiffte Hände haben. All right. Aber cool, hier in der Mine, das ist schon ein bisschen gruseliger, kann man sagen. Atmosphäre kickt so. Weißt du, was ich meine? Schön dunkel, alles. Okay, was ist hier passiert? Oh, yes! Offenbar haben hier Leute gecampt. Ja, offensichtlich. So, jetzt ist aber die Frage, wir haben ja das nice Baby. Wir können jetzt gegen das hier tauschen. Wisst ihr was? Machen wir auch. Die schmeißen wir weg und die nehmen wir mal mit. Wir wollen ja aber alle Waffen kennenlernen. Und glücklicherweise ist das sogar dieselbe Munition. Den Hut nehme ich auch mit. Zack. Hmm, okay. Reserved parking. Zeig mir mal einen, der mit dem Rollstuhl hier runtergebrettert ist. Das schreibt doch schon wieder hart nach Jackass, wenn ihr mich fragt. Okay. Was? Hab ich jetzt fallen gedossen? Ja, man muss sie wirklich so... Ja, Klopapier bringt uns gar nichts. Freunde, ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Nicht Klopapier. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, warte mal. Eine neue Waffe. Scheiße, wo ist sie hin? Da ist sie. Oh, ist das eine Glock? Ich weise es nicht aus dem Kopf raus. So, mein erster Gedanke war gerade Glock. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Nehmen wir mit. Und da haben wir den Schlüssel. Den Manager-Schlüssel. Da ist übrigens die erste Wurst, Freunde. Jetzt können wir uns endlich ein bisschen heilen. Ja, 85%. Oh Gott! Holy Shit! Oh nein, 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 nein! Fuck! Stirb! Oh mein Gott! Hab ich mir gerade in die Hose geschissen. Die habe ich nicht kommen sehen, obwohl ich sie gehört habe. Boah, Freunde. Ah, die hat auf jeden Fall... Warte mal, können wir das umschalten? Ich glaube, das sind immer nur so drei Schuss. Oder fünf. Und dann stoppt sie. Ist aber eigentlich nicht verkehrt, weil du dann das Magazin nicht so krass leerballerst. Weißt, was ich meine? Nein, nein. Nein. Ich will keinen Wirr-Punkt spielen. Ich will die Munition haben. So, haben wir die Glock mitgenommen? Ja, haben wir. Okay, wir haben den Schlüssel. So, wo müssen wir denn lang? Stirbt. Oh, guck mal, die nächste Maske. Give it to me. Ey, die Zombies müssen auch denken, was stimmt nicht mit ihm, wenn ihr so ein Verrückter mit so einer Maske entgegenkommt, der hier wild um sich ballert. Weißt, was ich meine? So, die nehmen wir... Oh, nee, den Hut will ich aber auflassen. Ich weiß, der bringt uns rein gar nichts. Aber ich fühle mich damit cooler. So, den Manager-Schlüssel haben wir jetzt. Das heißt, wir müssen eigentlich da hinten reinkommen. Oh, Gott, es geht weiter, Freunde. Sie crawlen hier vor unseren Füßen. Schön liegen bleiben. Oh, die gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Nice, die Waffe. Oh, Gott, was war das? Ich wusste es. Guckt euch das an, da kommen sie alle rausgelaufen. Oh, shit. Stirb. Lade nach. Oh, Gott. Nein. Und weg mit dir. Oh, guck mal, was hier los ist, Freunde. Guckt euch mal diesen Tunnel der Verdammnis an. Komplett crazy. So, können wir den wieder anschmeißen? So, hier müsste dann der Schlüssel reinpassen. So, bevor wir da... Ach, guck mal, er da hinten. Ja, get down. Ich wollte gerade sagen, gucken wir einmal hier in den Tunnel rein. Boah, Leute. Komm zu, Daddy. Die Minenarbeiter-Spitzhacke. Pass mal auf jetzt. Oh, das Ding habe ich auch im zweiten Teil geliebt. Haben wir noch einen? Ne, haben wir nicht. Damit kannst du so richtig schön Schädel einschlagen. Checkpoint erreicht. Okay, der nächste. Komm schon, mach an hier. Okay, so viel mehr Licht gibt es gar nicht. Aber auch hier, das sieht schon nice aus, herrlich. Aber es überrascht mich nicht. Ich bin fest davon ausgegangen. Pass mal auf jetzt hier. Und... Bam, Junge. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das Spiel so gut wird, wie es ist. Kein Scheiß. Da habe ich... Das Vertrauen in Vertigo Games. Oh Gott. Gut, den hätten wir. Und hier müssen wir wieder was wegsprengen. Darüber komme ich nämlich nicht. Haben wir eine Granate hier rumliegen? Einschlagen geht nicht. Oh, warte mal. Ihr zeigt mir doch da was an. Was ist das, was ich meine? Oder ist das ein Grafikfehler? Der zeigt doch hier die... Die Nieten an. Schade, ich habe keine Granate, nichts bei mir. Ähm... Ah, warte mal. Da ist ein Fass. Pass mal auf jetzt. Pass mal auf. Ihr meint das jetzt auch ganz elegant. Boom! Und... Okay. Hätten wir jede Menge arme Teilen... Einzel... Oh, yes! Da liegt die Shotgun. Ich flippe aus. So, weg mit der Uzi. Gib mir mal das Magazin. Das nehme ich mit. Komm zu Daddy. Okay, nice. Boom! Bam, Junge. Oh, geiler Scheiß. Hahaha. Das macht Laune. Also Waffenfeedback ist einfach komplett verrückt, Freunde. Das ist richtig, richtig gut hier in dem Game. So, ähm, was haben wir denn hier? Liegt hier irgendwas? Ja, da liegt Munition. Hier liegt eigentlich überall Munition. Ich sage es euch. Hier liegt überall Munition. Wo ist meine Hand? Wieso zeigt er mir den Controller an? Ach, ich glaube, das kommt immer, wenn wir nachladen müssen. Ja, siehste. Das ist quasi ein Hinweis. Kein Fehler. Das ist ein Hinweis, dass wir nachladen müssen. Okay, wir können immer nur drei reinmachen. Nachladen. Und abfeuern. Kaution. Unprotected Mindshaft in this area. Okay, also nicht so die gesicherten Minenschachte in diesem Gebiet. Wir haben doch gar keinen Stress, Freunde. Vielleicht müssen wir auch einfach nur da hoch. So, pass mal auf. Zuallererst machen wir ein bisschen Licht an. So, kommst du, Daddy? Oh Gott. Bam! Oh, keine Munition, das gibt's nicht. Yes! Ladna! Have fun! Yes! Geil, Mann! All right! So, wo müssen wir lang? Oh, guck mal, da hinten geht's lang. Da geht's lang. Hier geht's überall lang. Da hoch. Nein. So. Weck mal hier. Okay, was haben wir hier? Okay, was haben wir hier? Munition nehme ich natürlich mit. Komm, wir hier rein. Hallo? Ey, Jimmy! Ich übernehme deine Schicht. Alles gut, kannst nach Hause gehen. Ach, guck mal. Ach guck mal, da ist der nächste Schlüssel. Und wieder ein Feuerzeug. Feuerzeug brauchen wir nicht, aber den Schlüssel brauchen wir. Den nehmen wir mit. Boah, nice! Die sieht aber auch wild aus, oder? Holy shit, geben wir die mal. Nehmen wir mit. Wäre eigentlich auch cool, wenn das ein Achievement geben würde. So, alle... Oh, ist das ein Mieten? Ist das ein Walkie-Talkie? Ist aber eigentlich ein ganz schön kleines Walkie-Talkie. Süß. Wenn das ein Achievement geben würde. So, weißt du, was ich meine? Oh, eine Granate. So, nach dem Motto, hat sich alle Hüte aufgesetzt. Fände ich eigentlich ganz nice. Da, schon wieder. Before the Fall. Das ist doch safe ein Easter Egg, Freunde. Vielleicht kriegen wir ein neues After the Fall. Also quasi den ersten Teil dazu. Das wäre doch mal cool. So. Okay, wo sind wir denn überhaupt? Dutch Mine. Wir sind hier. Und wir können hier den langen Tunnel... Ach, das Museum. Warte mal. Von da sind wir reingekommen. Dann waren wir beim Museum, haben den Schlüssel geholt. Sind jetzt hier hin, haben Strom angemacht. Das ist... Keine Ahnung, was das ist. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Wir können einmal hier hin und einmal noch hier hin. Wir müssen wahrscheinlich sogar beide Schächte uns einmal genauer angucken. Spiel wahrscheinlich auch gar keine Rolle, mit welchen wir anfangen. Dann fangen wir mal hier an. Kumpel! Stratie rüber runtergeholt. Aber ich sage es gerne nochmal, so stelle ich mir Metro vor, ey. Wie das Feeling, wenn du hier im Tunnel bist. Störe ich euch mal irgendwas? Geht es euch gut? Ich muss auch eigentlich nur ganz kurz hier vorbei, Freunde. Ich hole mir den Schlüssel und dann bin ich wieder weg. Guck dir das an. Der hat die Granate einfach im Mund. Warte mal, kann ich hier den... Piss someone off, huh? Oh, thanks, Fred. Ich habe irgendwas gehört. Oh Gott. Oh Gott, ich höre hier von überall Stimmen. Stimmen, solle. Hör mal auf. Did you have to bring your whole family? What the fuck, man? I'm just trying to chill, you know? Maybe you and me just a little bonding time, a little hang session, but no, you gotta bring the whole family. Come on, hey! Wow, jetzt fliegen uns wie die Zombies um die Ohren. Okay, 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 okay. Oh Gott, sieh die, schnell. Schnell, 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 gib mir die Granate. Fallen lassen, vorbei. Und weg mit euch. Oh, shit. Ey, das ist aber gar nicht mal so einfach, wenn du nicht aufwachst. Oh Gott, scheiße. Holy shit, es werden immer mehr. Komm schon, komm schon, komm schon, Konzentration. Oh, scheiße. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh Gott. Ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt hier nicht drauf. Nein, nein, oh nein, lauf, lauf, lauf. Lade doch nach, wir haben keine Muni mehr, das gibt es nicht. Oh, scheiße, ich bin tot. Nein, fuck, man. Boah, ich habe es einfach komplett unterschätzt gerade in der Cave. Das waren zu viele, Freunde. Holy shit. Weißt du, ich dachte so ganz entspannt, holst du den Hebel, gehst zurück. Nein, dann wurden es auf einmal viel zu viele. Da haben wir zu lange getrödelt. Wir hätten direkt zurücklaufen müssen. Mal gucken, wo uns jetzt droppt. Ach, okay, das ist ein dankbarer Speicherpunkt. Schlück gehabt. Gib mir mal das. Okay, das hatten wir sogar schon. So, pass auf, da nehmen wir zuallererst. Wie so ein Hamster. Die ganze Munition einsammeln auf die Schnelle. So, pass auf. Oh, Pizza, geil, Mann. Die wird du mir. So, bevor ich den Hebel mir schnappe. Okay, also, ist alles nachgeladen. Warte mal, die Schottkern packen wir mal hier links rüber. Wieso macht er das nicht? Weißt du, was ich meine? Ich will tauschen. Ich will tauschen. So, ach, okay, okay. Jetzt habe ich es gerafft so. Zack, zack, so geht es. Okay, hätten wir. Das heißt, warte mal, gucken wir mal hier nochmal schnell. Das liegt da. Das sieht auch aus wie eine, das ist eine Uzi. Die brauchen wir nicht. So, pass mal auf, wir holen uns einfach den. Oder komm, wir gucken einmal schnell. Ich bin ja doch ein bisschen neugierig, was hier so geht. Oh, yes. Und wir haben einen Moddertopf-Cocktail, Freunde. Ne, die Uzi brauchen wir nicht. Komm, wir holen den Hebel und hauen ab. Das ist mir alles zu tricky hier gerade. Flamen wir sie weg. So, pass mal auf, zuerst einmal. Du kommst mal hierhin. Einmal placen. Oh Gott. Die sind roh. Okay, alles klar. Und gib mir den Hebel. So. Pass mal auf jetzt. Ich fuckle euch alle ab. Oder auch nicht. Scheiße, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oh Gott, guck mal, wie viele das sind. Holy shit. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das sind so viele. Sie kamen aber auch von hinten. Oh shit. Oh Gott. Jetzt wird es echt stressig gerade. Ich sage es euch, wie es ist. Verstehe ich eigentlich. Ja, passt. Boah, die Stelle habe ich echt unterschätzt, ehrlicherweise. So, komm. Gar nicht lang rumschnacken. Gib mir die ganze geile Munition. So, dann hier die Pizza. Fred, ist das du? Jedenfalls mit. Okay, hätten wir. So, nochmal ganz kurz tauschen. Du darüber. Jetzt den Hebel mitnehmen. So, jetzt stürmen wir hier rein. Pass mal auf. Naubere Schüsse. Ja, das ist eher so eine Barretta. Oh, wie viele das sind. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Nein, von hinten. Das gibt es auch nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, ich muss hier raus, Freunde. Ich muss hier raus. Aber ganz schnell. Komm, wir fliegen hier vorbei. Oh Gott, wir haben es geschafft. Holy shit, sind das viele. Lauf, 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 lauf. Schnell weg, schnell weg. Boah, fuck. Was ein Stress. Kommen die nach? Warte mal, ich habe das Gefühl, wenn ich die jetzt nicht weghole, haben wir gleich Riesenprobleme mit den Dudes. Schön konzentriert hier. Einmal gucken, ob einer von hinten kommt. Oh Gott. Guck mal bitte, was hier los ist. Guck mal, wie viele das sind. Okay, hätten wir. So, komm, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hinten in den Tunnel. Können wir hier eigentlich irgendwas machen? Weil wir haben ja den Schalter gerade geholt. Weißt du, was ich meine? Der muss doch für irgendwas gut gewesen sein. Hier kommen wir nicht rüber. Ich habe das Gefühl, der Schalter, der war bestimmt für die Gondel oben. Können wir eigentlich hiermit was machen? Nein, können wir nicht. So, dann gehen wir hier nochmal rüber. Boah, das ist schon beängstigend hier gerade. Sag ich euch, wie es ist. Das ist nix für Leute mit Claustrophobie hier gerade. Okay, hier kommen wir gar nicht weiter. Ja gut, dann haben wir es eben schon richtig gemacht. Meisterplünderer Trophy. Wir haben hier den Hebel geholt. Ich wette mit dir, wir müssen einfach das Ding bewegen. Und dann machen wir hier wieder ordentlich Krach und dann kommen sie alle angelaufen. So ein Ding wird das. Okay, dann gucken wir mal. Ich muss einen, was? Ich habe das Ding doch eben gefunden. Wir haben das doch eben gefunden gehabt. Habe ich das nicht mitgenommen oder was? Da, okay. Das Ding power is the elevator. So, das Ding hätten wir. Okay, wir müssen aber noch den Schlüssel finden. Oder die Kurbel. Warte mal. Ne, hier ist nix. Okay, das ist aber ein bisschen merkwürdig gerade. Ich dachte eigentlich, wir hätten alles. Aber habe ich irgendwas übersehen? Wir haben da hinten den Hebel geholt. Warte mal. Ah, okay, hier geht es weiter. Stimmt, wir haben ja den Manager-Schüssel. und dann haben wir das. Okay. Okay. I like to look at that. I have a flashlight, though, so. Kumpel. Let's do this. Ö, ö. Was war das? Die Tour nervt. Er will dich beschweren, schlechter Service. Ich wusste es, dass du aufstehst. Oh, keine Muni mehr. Dann müssen wir mal auf die Shotgun wechseln, Freunde. Und Abfahrt. Kumpel. Boom. Scheiße, keine Muni drin. Oh Gott. Keine Muni. Nein. Oh Gott. Wenn die dann doch so nah kommen, dann kriege ich immer wieder ein bisschen Panik. Auf die Entfernung alles cool. Aber wehe, die kommen so auf den Meter, so wie jetzt. So jetzt, weißt du? Wenn du dann keine Muni drin hast, dann sage ich dir, dann geht es los. Dann wirst du Panik. Puh. Warte mal, er gefällt mir auch nicht. Ich wusste schon, warum ich nicht weghaben will, Bro. Oh Gott, ich höre sie schreien. So, da ist die Kurbel. Nice. Nehmen wir mit. Die nächste Maske. Komm mal her. Pizza. For the win. Teller nein. Jawohl. Warte mal. Komm mal her. Machen wir mal den Doppelgrabscher. Alter, was das hier soll? Oh, shit. Oh, nein, nein, nein. Boah. Hey. Kumpel. Ich wollte gerade sagen, der ist gerade fast gefinished. Habt ihr das gesehen? Dieses, was ist das eigentlich? Freddy's. Boah, jetzt ein kühles Bier. Da hätte ich sogar irgendwie Bock drauf, ehrlicherweise. Hey, die geht richtig ab, die Waffe. Das macht Laune. So, komm. Strom an. Och, guck mal, wie viele das schon wieder sind. Boah, die scheppert auf jeden Fall richtig gut rein. Da kommt Freude auf. Ich sag's euch. Ich wollte sagen, was ist los? Okay, wir haben den Hebel. Das heißt, wir müssten eigentlich nur noch zurück. Ohne selber rauszugehen. Das ist schon krass, wie viele manche von denen aushalten. Obwohl du auf den Kopf... Ah, guck mal, was das ist. Verschwinde. Das meine ich. Guck mal, der hält ein ganzes Magazin aus, wenn du nicht richtig triffst. Da musst du schon... Der Schuss muss sitzen, Freunde. So, dann kommen wir jetzt einmal hier runter. Hä? 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 Und wenn wir jetzt hier den Aufzug nehmen können, um hier rauszukommen. Ich bin mal gespannt. Was, was, was? Oh Gott. Die kommen wieder von allen Seiten gerade. Schnell, 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 schnell. So, Hebel rein, happy sein. Einmal drehen. Thank you. Oh. So, jetzt hier den Aufzug. Ja, man. So, pass mal auf. Fang! Sack, boah, geil, man. Alle auf einen Streich. So, der Aufzug kommt natürlich extremst langsam, war ja sowas von klar. Ey, das war so klar, dass wir jetzt hier wieder Stress kriegen, Freunde. Oh, Ladehemmungen. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, das gibt's nicht. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni. Scheiße, fuck, Mann. Da wäre der Aufzug gewesen. Oh, Gott. Puh. Okay, geil. Dankbarer Speicherpunkt. Okay, was ist los? Wir hängen. Ey, das gibt's nicht. Nein. Oh, Mann. Das wird mich doch verarschen. Zwei Schläge und du bist einfach direkt weg. Crazy, Leute. Okay. Komm. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. So nicht, Freunde. So nicht. So. Zuerst einmal, gib mir mal die Muni. So. Okay. Hätten wir. Okay, haben wir. Jetzt Hebel. Und warum zum Teufel geht der Modertoff-Cocktail nicht? Versteh ich nicht. Wofür haben wir den, wenn der nicht funktioniert? Jetzt. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf. Oh, Gott. Ey, manchmal hat das Ding echt Ladehemmungen. Schnell, schnell, schnell. Lauf. Lauf doch. Boah, bitte, bitte. Oh, Gott, war das knapp. Boah, holy shit, Freunde. Ich dachte, ich schaff's schon wieder nicht. Du hast ja den Weg rausgeblitzt. Ja, Mann, das war aber auch echt verdammt knapp gerade. Also, wenn so eine Horde vor dir steht, boah, du bist so am Strugglen mit dem Nachladen, sag ich euch, wie es ist. Egal, wie gut du das normalerweise kannst, ob flüssig ist, von der Hand geht, in dem Moment muss das schnell gehen und on point sein. So, zur Belohnung gibt's erst mal ein bisschen Muni. Okay. Wir sind aber doch, doch, wir sind oben. Okay, wir haben's geschafft, Freunde, wir sind raus. Sehr gut. Nehme ich auch mit, nehme ich auch mit. Das sagt Leben, 40 Prozent, gar nicht mal so gut. Aber Hauptsache aus der Mine raus. Oh, Gott, Tageslicht. Puh, ich bin beruhigt. Ja, Mann. Da freut er sich. Okay, da vorne haben wir eine Zugstation. Was könnte das bedeuten? Freunde, ich würde sagen... Okay, Stade, ich dachte, ich krieg das Ding in Luft gesprengt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Wie immer an der Stelle. Gönnt ihr mir. Gönne ich euch. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin. Und Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.